E wie Einspeisemanagement Einspeisemanagement bedeutet, dass Netzbetreiber die Stromeinspeisung aus erneuerbaren Energien oder Kraft-Wärme-Kopplung vorübergehend abregeln. Dies ist notwendig, wenn das Stromnetz überlastet ist und Netzengpässe entstehen. Daher muss häufig dort eingegriffen werden, wo besonders viel Strom aus erneuerbaren erzeugt wird. Die Netzbetreiber dürfen Einspeisemanagement nur dann anwenden, wenn andere Maßnahmen, insbesondere das Abregeln konventioneller Kraftwerke, den Engpass im Netz nicht beseitigen können. Denn Strom aus erneuerbaren Energien und aus Kraft-Wärme-Kopplung hat grundsätzlich Vorrang. Die Stromerzeuger sollen kein wirtschaftliches Risiko tragen, wenn sie wegen eines Netzengpasses keinen Strom einspeisen können. Der Netzbetreiber entschädigt im Falle des Einspeisemanagements den Anlagenbetreiber. Die Kosten dafür werden auf die Netzentgelte umgelegt und letztlich von den Verbrauchern getragen. Was das Einspeisemanagement für die Erneuerbaren ist, ist Redispatch für konventionelle Kraftwerke. Beide Instrumente dienen dem kurzfristigen Eingriff, wenn das Netz zu überlasten droht. Das Einspeisemanagement ist nur als Übergangslösung vorgesehen, bis die Engpässe durch den Netzausbau beseitigt worden sind. E wie Einspeisemanagement Einspeisemanagement bedeutet, dass Netzbetreiber die Stromeinspeisung aus erneuerbaren Energien oder Kraftwärmekopplung vorübergehend abregeln. Dies ist notwendig, wenn das Stromnetz überlastet ist und Netzengpässe entstehen. Daher muss häufig dort eingegriffen werden, wo besonders viel Strom aus Erneuerbaren erzeugt wird. Die Netzbetreiber dürfen Einspeisemanagement nur dann anwenden, wenn andere Maßnahmen, insbesondere das Abregeln konventioneller Kraftwerke, den Engpass im Netz nicht beseitigen können. Denn Strom aus erneuerbaren Energien und aus Kraftwärmekopplung hat grundsätzlich Vorrang. Die Stromerzeuger sollen kein wirtschaftliches Risiko tragen, wenn sie wegen eines Netzengpasses keinen Strom einspeisen können. Der Netzbetreiber entschädigt im Falle des Einspeisemanagements den Anlagenbetreiber. Die Kosten dafür werden auf die Netzentgelte umgelegt und letztlich von den Verbrauchern getragen. Was das Einspeisemanagement für die Erneuerbaren ist, ist Redispatch für konventionelle Kraftwerke. Beide Instrumente dienen dem kurzfristigen Eingriff, wenn das Netz zu überlasten droht. Das Einspeisemanagement ist nur als Übergangslösung vorgesehen, bis die Engpässe durch den Netzausbau beseitigt worden sind. Einspeisemanagement bedeutet, dass Netzbetreiber die Stromeinspeisung aus erneuerbaren Energien oder Kraftwärmekopplung vorübergehend abregeln. Dies ist notwendig, wenn das Stromnetz überlastet ist und Netzengpässe entstehen. Daher muss häufig dort eingegriffen werden, wo besonders viel Strom aus Erneuerbaren erzeugt wird. Die Netzbetreiber dürfen Einspeisemanagement nur dann anwenden, wenn andere Maßnahmen, insbesondere das Abregeln konventioneller Kraftwerke, den Engpass im Netz nicht beseitigen können. Denn Strom aus erneuerbaren Energien und aus Kraftwärmekopplung hat grundsätzlich Vorrang. Die Stromerzeuger sollen kein wirtschaftliches Risiko tragen, wenn sie wegen eines Netzengpasses keinen Strom einspeisen können. Der Netzbetreiber entschädigt im Falle des Einspeisemanagements den Anlagenbetreiber. Die Kosten dafür werden auf die Netzentgelte umgelegt und letztlich von den Verbrauchern getragen. Was das Einspeisemanagement für die Erneuerbaren ist, ist Redispatch für konventionelle Kraftwerke. Beide Instrumente dienen dem kurzfristigen Eingriff, wenn das Netz zu überlasten droht. Das Einspeisemanagement ist nur als Übergangslösung vorgesehen, bis die Engpässe durch den Netzausbau beseitigt worden sind. Untertitelung des ZDF für funk, 2017